Hi! Whisky Jason hier! Whisky aus der Sicht eines Amerikaners! Happy St. Patrick's Day! Yeah, Irland! Zum Feier des Tages muss man Grün tragen und man muss Irish Whisky auch denn hier tasten. Ich habe heute Jameson, 18-year-old. So, Limited Reserve, 40%, kostet 75 Euro. Horst sagt immer wieder, dass es an Limited Reserve, das heißt sie haben es nicht immer vorrätig, aber eigentlich in Deutschland findet man es immer, wird in Middleton dort produziert und gehört dann Jameson zu Pernod-Richard-Group, wie Powers, wie Patties, wie Feathermore Dew, wie Redbreast und so weiter. Auf der Flasche findet man eine Zahl, 1780. John James, ein Schotter, also ein Schotter hat dort in Dublin, Irland, der bekannteste Whisky der Welt aus Irland auch gegründet. 1780, dort in der Bow Street, da kann man immer noch dieses am Museum denn dort, was es da gibt, besichtigen und endlich darf man auch sehen, wie das denn, ich glaube jetzt im März oder April wird es neu eröffnet, nach ungefähr einer einjährigen Bauzeit, Umbauzeit, um dann auch zu erleben, wie auch Whisky destilliert wird. Echt cool! Dreifach destilliert, das hat John James damals auch bestimmt. Ein Wash Still und ein Spirit Still kennen wir, also am Anfang und am Ende und dazwischen gibt es einen sogenannten Feint Still. Also dreifach destilliert, besonders weich, wird immer wieder gesagt. Und bei der Watten, Familien Watten von Jameson, auch hier auf der Flasche steht dann da Cine Mute und das heißt ohne Angst. Wenn man ein bisschen Latein kann, beziehungsweise auch Spanisch oder sonst was Sinn ist ohne und Mut ist dann einfach mal wie auf Deutsch, denn da ohne mit diesem Mute ohne Furcht. So, 18 Jahre alt. Was wir haben ist Malted and Unmalted Barley, also gemälzte und ungemälzte Gerste und auch ein bisschen Mais kommt da rein, wurde, habe ich gelesen. Ich habe sieben verschiedene Seiten hier angeschaut auf Englisch und auf Deutsch und es war echt interessant, wie unterschiedlich die Angaben waren, woraus es denn hergestellt wird. Fast alle sind einig, da sind drei Teile, die dazukommen. Das ist eine Mischung aus zwei verschiedene Potstills und eine Single Grain. Single Grain in Irland bedeutet ungemalzte Gerste. But still benutzt man gemalzte Gerste und dann war immer wieder diese Frage, da war ein Sherry Fässer drin. Das war eine amerikanische und auch europäische Eiche. Hier war es mindestens 18 Jahre lang. Und am Ende war relativ auch klar, dass es ein Finish bekommen hat in First Fill Bourbon. Also First Fill heißt, es wurde Bourbon benutzt und das erste Mal in Europa wird es dann benutzt hier, um ein Finish zu geben mit Eichen. Das heißt, man sollte jetzt hier eine weiche Sherry Note haben, Oloso Sherry und auch einiges denn da an Bourbon. Und 18 Jahre ist sozusagen das Super Premium von Jameson, was es denn gibt und auch gab. Und zum Feier des Tages St. Patrick's Day, der Patrick war der Mensch, der Christentum damals nach Irland gebracht hat und das haben wir da weiterhin dann gefeiert. Es gibt verschiedene anderen, wichtigen katholische und auch protestantische Glaubenshelden. Zum Beispiel hier haben wir den St. Kevin. Aber das kommt irgendwann, wenn ich dazu komme, meine Bourbons endlich abzuarbeiten. So, was sagt meine Nase? Angenehm. Sehr angenehm. Ich habe ein bisschen was an Sherry. Ich habe einiges an Grain. Also ich mache dieses ungemälzten Gerste. Ich habe einiges an Eiche. Vanille. Ein bisschen Toffeefee. Ein bisschen Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte ist vielleicht zu stark. Also wir gehen zu Karamell. Ein bisschen blumig auch noch dazu. Ein Hauch von Zitrus, ein Hauch von, ich gehe so weit zu sagen, ein bisschen physisch. Aber das ist alles so diese blumige Obst. Moment. Und ganz am Ende jetzt hier kommt ein kleines bisschen auch hin zu Leder. Weich, weiches Leder. Ich spreche auch langsam und weich, denn Jameson ist so edel, muss man sagen. Ich konnte daran riechen, die nächsten 10 Minuten, da war ich glücklich, aber dann würde ich irgendwann mal hier das tatsächlich dann auch probieren wollen. Ja, so das ist nicht mein Booker ist, wo ich dran riechen könnte bis morgens. Kein Glen Farkless, 30 Jahre, 40 Jahre alt, an dem ich bis zu Ewigkeit und Unendlichkeit und so weiter riechen könnte. Farbe ist nicht ganz so dunkel, aber halt eben kein Bourbon, ja. Also 18 Jahre in Fässern, die schon vorher benutzt wurden für Sherry. Wer weiß, wie alt diese Fässer waren, die könnten First Fill, das heißt vielleicht denn nur 10 Jahre, die könnten Second Fill, das sind schon mindestens 28 Jahre, die könnten Third Fill, das sind jetzt hier 40 bis hin zu, wie auch immer, 4 Jahre das war. Wer weiß, wer weiß. Und dieses Bourbon Fässern, die sie benutzt haben als First Fill, auch die wurden einmal ausgelaugt und wurden zum zweiten Mal dort in Irland benutzt, wer weiß. Joa, lass uns hier probieren. Weich. Grain habe ich auf jeden Fall da drin, mache ich gerne, Sherry habe ich da drin, bisschen Holt habe ich da drin, Abgang ist da ein bisschen, ja, dieses, ich nenne es einfach diesen Glen Farcliss Geschmack, dieser Sherry Fässern, die ein paar Mal zu oft benutzt wurden, nur ganz, ganz unterschwellig, kommt einfach mit Sherry dabei, ist gut. Diese Pod Still, also Red Breast freue ich mich auch hier vor, der Kamera mal zu testen, irgendwann. Ich glaube, ich habe alle verschiedene, fünf verschiedene Produkte von denen, da ist dieser Pod Still, mhm, Irish Pod Still ist lecker. Und ein bisschen Grain dazu und dann 18 Jahre lang reifen lassen, ist eine Wunde, ist gut. Ist richtig nett, aber halt eben, weich, es gibt nicht ein Pau, sondern sagt Hallo, hier bin ich. Also The Nose hat immer gesagt, Hallo, how are you? Nice to meet you. Also das war immer seine Spruch, wenn er einen Whisky zum ersten Mal kennenlernt, man muss dreimal dran riechen und ganz langsam. Und eigentlich muss man auch fast pro Jahr denn eine Minute den im Glas lassen, damit er sich richtig, richtig so entfalten kann. Ich habe keine Lust, ein 18-minütiges Video hier zu drehen, aber mir gefällt diese Jameson, 18 Jahre alt, sehr gut. Jetzt kommt der Mund rein, ist fruchtig, wie ich schon sagte, ein bisschen Grain, ein bisschen Pod Still, ein bisschen Sherry, ein bisschen Eiche, ein bisschen Obst, ein bisschen Citrus, ein bisschen Blumig, alles zusammen. Sehr dezent alles, nichts Scheit hier bin ich. Auch der Alkohol da drin, die 40% sind weich, gut, einfach eingebunden. Was für ein Dessertwein fast. Ja, stellt mal einfach eine gute Auslese vor, macht den zu Whisky und den hast du, der Jameson, 18 Jahre alt. Sehr, sehr angenehm. 2 plus. Nun, 75 Euro für einen Irish Whisky. Ich weiß, der ist 18 Jahre alt. Mein Bauch sagt, der es auf 55 Euro kostet. Und deshalb bin ich bei 3 Minus für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde 75 Euro für ein Jameson echt, sorry, ein bisschen zu viel. Hier. Nun, wenn ich zu Middleton hinkomme, der auch aus den Irish Middleton Distillery rauskommt, Very Old. Der ist auch nicht mal 18 Jahre alt und der kostet 100 plus Euro. Der schmeckt echt gut. Der ist allerdings kein richtiges Blend. Glaube ich nicht. Ich muss echt darüber nachdenken. Das steht auch drauf auf der Flasche Blend. Also da haben wir diese Blend von Swipe Pod Stills und ein bisschen Single Grain dazu. Einfach das typische Rezept hier von Jameson. Hand ausgewählte Fässern. Und 18 Jahre lang ist eine gute Sache. 75 Euro. Glaub ich nicht. So. Whisky Base 13890. Da findet man den. Da kann man auch einen Kommentar dazu geben. Ich sage 2 plus. Und 3 minus Preis-Leistung. Weil 75 Euro finde ich ein bisschen zu happig. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht des Amerikaners. Oder eines Amerikaners. St. Patrick's Day Video heute. Also feiert schön. Trink. In Amerika würde man grünen Bier trinken. Ich mache Bier nicht. Also von daher wird nichts bei mir grün sein. Das höchste der Gefühle wäre mein T-Shirt hier. Oder mein Hemd. Und ich hoffe, ihr habt einen ganz ganz tollen Tag an diesem Freitag. Alles Gute euch. Tschüss. Und bis demnächst. In Amerika. S break. Du bist ganz tollen Tag. In Amerika. In Amerika. Du bist ganz tollen Tag. Und dann wir schön. Jetzt bist du. Das heißt. Ich werde nicht.